So Freunde und damit herzlich willkommen zu einem neuen XRP Update Video. Es ist auf jeden Fall mal wieder an der Zeit, denn es ist einiges passiert jetzt seit ein, zwei Wochen. Nicht nur charttechnisch, sondern auch newstechnisch. Deswegen schauen wir uns heute auf jeden Fall mal wieder XRP in Ruhe an, was das jetzt auch, dieser Abverkauf zu bedeuten hat und wie es möglicherweise weitergehen könnte. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Bevor wir wieder starten, trotzdem schon mal gerne ein Like da lassen, abonnieren den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signal Gruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Die Links dazu findet ihr kostenlos in der Videobeschreibung. Wenn ihr XRP kaufen, staken oder sonst was machen wollt, könnt ihr das alles natürlich auch bei BingX tun. Das ist meine Partner Exchange. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es momentan wieder ordentlich Boni abzugreifen. Ja und jetzt aber keine Zeit zu verlieren. XRP ist auf 50 US Dollar Cent oder knapp 50 US Dollar Cent gefallen. Nachdem wir letzte Woche unseren Make or Break Decision Point vor Ende des Monats sogar noch erreicht haben. Also wir sind im September noch auf die 66 US Dollar Cent gestiegen und daraufhin ging der Dump richtig los. Wir haben es wieder nicht geschafft hier oben. Deswegen die Box lassen wir jetzt auch ehrlich gesagt mal so noch ein bisschen stehen. Ich bleibe bei dieser Entscheidung, dass da oben ist Make or Break. Alles, wenn wir da drüber kommen sollten mit Daily oder Weekly Close, sieht es gut aus. Alles, was da drunter ist, sieht bescheiden aus. Und jetzt gab es halt mal diesen mordsmäßigen Dump, muss man schon ehrlicherweise sagen, von 66 US Dollar Cent auf 50. 23 Prozent ging es nach unten hier innerhalb von wenigen Tagen. Wir sind in unsere grüne Supportbox gekommen. Das war auch so der erste kleine Ankerpunkt, der aber noch nicht ganz abgearbeitet ist. Also da muss man auch noch fairerweise sagen, ein bisschen tiefer so auf sogar 49 US Dollar Cent wäre hier kurzfristig für den XRP Kurs natürlich nochmal deutlich, deutlich besser. Würde zwar nochmal ein 2, 3 Prozent Dump bedeuten, aber es wäre aufgrund dieser Zone, aufgrund des Wicks und des Volumens, was wir unten noch liegen haben, deutlich, deutlich positiver für eine weitere Chance, um nachhaltig nach oben hin auszubrechen. Aber was hat jetzt zu einem Dump geführt? Natürlich einerseits unsere Widerstandsbox. Hier oben ist eine Menge Sell Order reingekommen. Das war aber klar, weil wir so oft da oben abgelehnt wurden. Wir sind mit sehr, sehr wenig Volumen jetzt da oben reingestiegen. Das heißt, da oben lag sehr, sehr viel Short-Volumen. Auf der Käuferseite gab es aber nicht wirklich Leute, die hier XRP gekauft haben und deswegen wurden die Leute wieder abverkauft. Die Positionen oben wurden teilweise ausgestoppt, die Shorts und dann ging es eben nach unten. Zweiter Grund und das ist jetzt für viele wieder der Grund, warum eben dieser Dump eingeschlagen hat. XRP Crash, SEC legt gegen Ripple Urteil Berufung ein. Ja, fünf Tage, glaube ich, ja genau, ledig. Fünf Tage vor Ablauf der Frist. Am 7. Oktober reichte die SEC die Berufungsanzeige ein. Irgendwie hat doch jeder damit gerechnet, dass die SEC das nicht auf sich sitzen lässt, sondern dass hier früher oder später einfach in Berufung eingelegt wird und fertig aus. Es ist halt jetzt wieder wieder und wieder und immer wieder das Gleiche hier bei Ripple. Es gehört einfach zu Ripple oder XRP einfach dazu, dass immer wieder irgendwelche Gerichtsurteile oder sonstiges. Außer müssen die YouTuber auch von irgendwas leben, weil sonst hätten sie einfach keine News mehr, wenn bei Ripple alles normal laufen würde. Aber gut, das, ja, weiterer Grund, warum eben hier dieser Abverkauf war und man muss auch ehrlicherweise sagen, und ich sagte es seit Wochen und Monaten, XRP ist für mich ein Invest, es wird gekauft und verkauft, sobald es wieder die Möglichkeit gibt. Und ich bleibe auch, ihr seht, wir hatten hier diesen Abverkauf genauso eingezeichnet. Das wäre hier der erste Step, wo ich mir eventuell eine kleine Erholung vorstellen könnte. Also es muss jetzt nicht brachial nach unten hingehen. So eine Erholung, ich sage jetzt mal bis 58, 59 Cent, würde Sinn machen, bevor wir dann möglicherweise den nächsten Abverkauf sehen. Also das sind so die Möglichkeiten A und B, die wir momentan hier einfach haben. Entweder direkt runter auf Richtung 43 US-Dollar Cent beziehungsweise 40 US-Dollar Cent oder kurze Zwischenerholung und dann der nächste Dump eben nach unten. Das ist so charttechnisch jetzt momentan mal ein bisschen meine Meinung dazu und ihr kennt sowieso meine Meinung. Theoretisch könnten wir auch hier unten nochmal in Richtung 38 US-Dollar Cent runter. Und es wäre, und es ist die Wahrheit einfach so, wie ich sage, es ist einfach momentan die bullischste Variante, damit der XRP-Kurs früher oder später mal nachhaltig nach oben steigen könnte, meiner Meinung nach. Ansonsten kurzfristig, wie gesagt, kurze Erholung ist auf jeden Fall drin, wenn wir uns mal das Fit-Level vom Tief bis zu unserem Hochziehen sehen, wir auch, da passt es auch sehr, sehr gut hier oben mit ungefähr 58, 59 US-Dollar Cent oder besser gesagt 59 bis 60 US-Dollar Cent. Da liegt das Golden Pocket. Ich möchte aber vorher noch ein kleines tieferes Tief haben für die Bullish Divergence und dann der Pump nach oben. Und jetzt mal gerne eure Meinung rein sagen, was haltet ihr davon, Wiederberufung, habt ihr noch XRP, werdet ihr XRP nachkaufen oder macht ihr es so wie ich, einfach teilweise liegen lassen. Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein und ansonsten würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Wir hören uns auf jeden Fall dann, denke ich mal, nächste Woche wieder zum XRP-Update-Video, ansonsten normales Video morgen. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.